Mein Travel Outfit über den Wolken. Für mich heißt es 5 Stunden Flug und was ziehe ich auf den Flug an? Ich starte im sehr, sehr kalten Hamburg und lande im hoffentlich warmen Hogada. Und da es auch bequem sein muss, habe ich mich erstmal für eine Jogginghose entschieden. Das ist die Jogginghose und ich trage hier die Größe XXL. Für mich eigentlich viel zu groß, aber ultra bequem. Oben habe ich mich für ein basic weißes Shirt entschieden. Warum, sage ich euch gleich. Dazu trage ich meine Apple Watch, um immer auf dem Laufenden zu sein. Und für den nächsten Step brauche ich dieses Beauty. Es geht um die Schuhe und ich habe hier die Wiccone Ramones Jumbo Laces. Ich finde die Schuhe ultra bequem, aber ohne Schuhanzieher komme ich da gefühlt nicht rein. Jetzt fehlt nicht mehr viel, nämlich natürlich noch ein warmes Oberteil. Ich habe hier ein Teddypullover, falls es zu kalt wird und ihr kennt die Klima im Flugzeug. Wenn es allerdings zu warm wird am Flughafen, kann ich es locker auf ein entspanntes T-Shirt switchen. Wie das Ganze am Flughafen aussieht, zeige ich euch natürlich auch. Ich habe hier ein paar Tage, aber ich habe hier ein paar Tage, aber ich habe hier ein paar Tage. Vielen Dank.